Die Flüchten im Fahrzeug sind komplett auf. Bleib stehen! Bleib stehen! Streck aus! Oben knallen! Das sind die! Ich folg mal allen Fahrzeugen. Also, schutzen die Flüchten in Karten. Halten! Annihnau und schutzen die Flüchten. Das ist mega, zwei Personen bei dem Heli, auf dem Heli, auf dem Heli, auf dem Heli, ich habe einen Super bekommen. Da drüben, hast du gesehen, ist aber ein Sniper gewesen, hinter uns ein Sniper. Woah, fuck! ist jetzt ja sind jetzt hier fort am shop scheint erstmal soweit alles sauber zu sein weil jetzt noch nicht drin ist aber erst mal wer aus wenn ihr noch eine einheit kommt wenn wir einmal reingehen und die sache beobachten kommen schnell raus ja im shop stehen leute mit langwaffen kommen sie mal runter die herren alles gut alles ist los wie kann man ihnen weiterhelfen wir bräuchten wir doch noch ein zwei einheiten hier oben in sandys an dem shop bitte die bank hier mit waffen und ja mit tasern oder so ein ja alles klar wenn auch unsere eigenen sich jetzt kommt es einfach immer mehr personen da sind die 30 sekunden vor ort kollege agent das ist natürlich schlecht dass sie anscheinend hier mit langwaffen stehen das ist natürlich bei die nummer durch damit ich sie anrufen kann wie gesagt wir brauchen hier oben in sandyshoes immer noch im e2 einheit neue stehen bestimmt sechs sieben acht leute mit langwaffen können wir uns erstmal eventuell vielleicht darauf einigen sie nehmen vorsichtig ist die besetzung von der sache über dir das ist jetzt da ne dann kann man schauen wie das weitergeht ne also dann weiß das wozu sie vor ort transportieren können dann steht da jetzt links neben ihm also ja genau ja das ist typisch eifer bieter sind besitzt man mal eben den punkt aufteilen die in der anderen punkt gehen ja das haben wir sagen wir machen wir sind noch eins die schicken uns doch jetzt hier schon weg 1199 in sandys danke Los gehts! Das war's. Die kommen mir hier einzeln entgegen. Jetzt kommen sie wieder zurückgefahren. Die fahren jetzt wieder zum SG zurück. Wo genau, wo? Es geht zwischen den Satellitenschiffen und dem SG. Hey! Auf der Straße! Auf der Straße! Die Buffalo seid ihr an dem einen Fahrzeug noch dran? Habt ihr das gestellt? Wie sieht's da aus? Ja, ich glaub wir haben alle. Das Fahrzeug ist auch auf den Highway gefahren. Wir haben jetzt eigentlich alle. Fängt an die Kollegen zu stabilisieren. Das Fahrzeug ist ab Richtung Osten. Fährt Richtung Osten. Wie lange? Ich halte jetzt weiter Richtung Süden runterzufahren. Richtung Hafen. Nein, liegt aber nicht im Hafen. Fährt zum Westen, zum Verarbeiter, Arabid-Verarbeiter. Unter in den Hafen, Richtung Arabid-Verarbeiter. Voll! Nicht Kontakt. Fährt jetzt weiter in die Richtung. Ich halte aber gut. Ich halte immer noch die Richtung. Hm, bin ich raus. Wie vor uns. Warte. Da müsste man schauen, ob der links gefahren ist. Hier bei uns, West Putschiswo, der ist ja genau. Der ist letztlich ja im Lash-Kolm in der Merverewetterhalle. Ist das hier die Merverewetterhalle? Ach ja, da hinten das Ding. Ja, ja. Der ist hängt aber fest. Da kommt ja nicht mehr raus. Da kommt ja nicht mehr raus. Stehen bleiben! Er steckt aus, er steckt aus. Stehen bleiben, der Herr. Achtung, Langwaffe! Äh, gut. Merverewetterhalle. Pass auf. Ja. West nicht davon. Pass auf, dass der Luma, der dazugehört, nicht auch noch kommen mit den zwei Personen, oder drei Personen, die da grad eben... Puh, das war knapp. Oh! Äh, Langwaffenschüsse am, äh, KH1. Äh, KH2 beim Lucky Placker. Direkt nach der Würfelbocktanstelle. Hier wurden gerade mehrere Personen umgeschossen, so wie das aussieht. Wir sind hier gerade alleine. Wir können hier gerade gleich was machen. Wir springen auch noch ein paar Personen rum. Es ist soweit auch ein pinker Tankgaste, der daran beteiligt ist. Äh... Pinke Tankgaste fährt... Fährt jetzt Richtung... Direkt... Ja, der pinke Tankgaste fährt grad weg. Direkt nach der Würfelbocktanstelle Richtung Davis. Sonst rum, ne? Gut, gut. Danke! Äh... Die Zivilisten kümmern sich soweit erstmal um den, äh, verletzten dort. Und der pinke Tankgaste fährt Richtung Würfelbock. Wär mal schön, wenn irgendjemand hier irgendwas durchgibt. Und die bloß pink hinterherfahren. In Richtung Westen ist es ja in der Würfelbockbaustelle, fährt weiter in Richtung Westen, ist ja, relativ langsam unterwegs, will aber auch nicht anhalten. Wie geht's hier ab Richtung Norden, in Richtung Arcadius Tower, ist jetzt hier unter der Business Tower Brücke, weiter in Richtung Norden. Fährt immer noch weiter in Richtung Norden. Ein Stoppansager wurde jetzt grad auch gemacht, das sitzt sogar hier an der Gerichtsgebäude. Versucht euch davor, versucht euch davor zu setzen, und den irgendwie wegzupäten. Auf keinen Fall drauf schieß es. Den kann er explodieren, ne? Das wisst ihr. Fährt jetzt, fährt jetzt Richtung Westen, in Richtung Röckwassblazer. John, jetzt seht ihr für dich. Einfach davor setzen, irgendwie. Versuchen. Jetzt versuch. Ah, okay, ist gegatzt. Ähm, passt auf, das glaube Fahrzeug wird auch. Fährt weiter. Wir verfolgen mal weiter, den Kollegen geht's hoffentlich gut. Fährt in Richtung Westen jetzt grad Höhe Regierungsgebäude, hat jetzt den Ditzel hier passiert. Wird auf, der hat durchgefunkt. Ja. Der hat durchgefunkt. Fährt jetzt, hier, ja, eher nördlich Richtung Life Invader. Hinter uns, wir waren noch verfolgt von den roten Fahrzeugen. Äh, gehört, gehört man schon zu, zu Dings? Zu Boso? Ja, jetzt Richtung Westen wieder am Life Invader. Hallo, der Herr. Ja, vorsicht, euch folgen mehrere Fahrzeuge. Im blauen, äh, weiß ich nicht, was das für ein Fahrzeug ist. Und, äh, so sehr, so sehr, so sehr, ja, die roten und blauen schießen mit, hier, ähm, bei, ähm, wo sie man hier, unter der Unterhalte der Boso Base, wir werden hier starke, massiv beschossen. Ey Leute, mit der Rückenrechte aus, ne? Hier sind 11, ne, wir können hier nichts draus machen. Ja, wie denn? Ja, die eine hier, natürlich, noch einer drinnen am Außen, noch einer am Außen. Ja, das sind, Modellen sind das aktuell, gut schätzen, 10 Mal, ne? Ja, ja, ungefähr, also. Wir können halt gucken, wie... Hab, 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 hab. Mikrofon activated. Musik Musik